Freunde, heute wollen wir mal über Ryan Cherki sprechen und was er dem BVB bezüglich seiner Stärken mitbringen kann und warum ich sogar glaube, dass er beim BVB zu einem Unterschiedsspieler reifen kann, wenn der Transfer auch tatsächlich durchgeht. Die französischen Medien sind da ja etwas offensiver als die deutschen. Was man aber wohl weiß, Cherki selbst soll den BVB bevorzugen. Es gibt Gespräche bezüglich eines langfristigen Vertrages. Das berichtet zumindest Fabrizio Romano, den ich als eine der besten Quellen überhaupt halte. Sky hält da noch so ein bisschen dagegen und sagt, dass der BVB zwar intensiv über den Spieler nachdenkt, aber noch ein paar mehr Schritte zu gehen sind, ehe es zu einem Transfer kommt. Jetzt muss man aber sagen, dass Sky bezüglich BVB-Transfers in den vergangenen Jahren auch gerne mal erst später die Informationen bekommen hat, wo andere dann schneller darüber berichtet hatten, dass der Spieler möglicherweise kommen wird. So oder so und da sind die Medien übereinstimmt. Cherki würde gerne in die Bundesliga zum BVB wechseln und sieht Deutschland als perfekten Schritt für seine weitere persönliche Entwicklung. Entsprechend stehen die Chancen nicht allzu schlecht, dass wir ihn in der kommenden Saison tatsächlich in schwarz-gelb sehen werden. Und deswegen gehen wir jetzt mal ein bisschen näher auf den Spieler ein. Ryan Cherki ist 20 Jahre alt, 1,77 Meter groß. Seine Hauptposition ist das offensive Mittelfeld. Er kann aber auch über links oder rechts außen kommen. Er ist beidfüßig, was ich gerade bei Spielmachern extrem spannend finde, wenn sie das sind. Ist seit 2010 bei Olympique Lyon, damals in der Jugend und wurde in der Saison 2019-2020 in die erste Mannschaft aufgenommen, wo er auch immerhin mal zwei Einsätze in der Champions League und sechs in der Liga bekam. Eine Torbeteiligung konnte er damals allerdings noch nicht liefern. 2021 hatte er dann seine erste komplette Profisaison, wo er insgesamt auf 30 Pflichtspiele für die Profis kam und in diesen vier Tore und vier Vorlagen beisteuern konnte, in insgesamt 1059 Minuten. Also eigentlich schon eine ganz solide Quote. In der Saison 2021-2022 konnte er sich nicht wirklich steigern. Da waren es insgesamt 20 Einsätze, zwei Tore, vier Vorlagen, etwas mehr als 700 Minuten. Allerdings hatte er damit Verletzungspech zu kämpfen, denn er hatte einen Mittelfußbruch, welcher ihm knapp die halbe Saison gekostet hat. 2022-23 lief es dann wieder besser. Er war im erweiterten Kreis der Stammspieler. 38 Mal stand er im Kader, 21 Mal in der Startelf, 13 Mal wurde er eingewechselt und nur vier Mal saß er über die volle Distanz auf der Bank. Und in dieser Zeit konnte er in der Liga in 34 Spielen immerhin vier Tore und sechs Vorlagen beisteuern. Und in der abgelaufenen Saison waren es insgesamt 39 Pflichtspiele, drei Tore und neun Vorlagen. Das alles klingt jetzt bei einem Spieler, der als großes Talent gilt, erstmal nach nichts Besonderem. Aber zum einen muss man einfach bedenken, dass er auch jetzt gerade erstmal 20 Jahre alt ist. Sprich, er wird noch eine Menge Zeit haben, sich weiterentwickeln zu können. Ich glaube, es gibt nicht viele Spieler, die dem mit 20 Jahren schon um die 20 Scorer in einer Saison liefern können. Klar, der ein oder andere würde jetzt auch argumentieren, aber die französische Liga ist ja nochmal etwas schwächer als die Bundesliga. Das stimmt im Großen und Ganzen, aber das ist jetzt auch keine extrem schwache Liga. Nur weil Peget da total dominiert, was ja auch unter anderem daran liegt, dass da viel zu viel Geld reingepumpt wird. Und es ist ja nicht so, dass wir in Deutschland in den letzten Jahren nicht ähnliche Probleme gehabt hätten. Krass finde ich übrigens auch, dass er mit eben seinen 20 Jahren schon auf 116 Einsätze in der ersten Liga kommt. Das ist in dem Alter auch alles andere als selbstverständlich. Und sagen wir mal wie es ist, wenn er jetzt schon richtig explodiert wäre, dann würden wir hier von einem Spieler sprechen, der für den BVB weit außer Reichweite wäre. Sprechen wir jetzt aber auch mal über seine konkreten Stärken. Jackie ist unter anderem jemand, der eine außergewöhnliche Ballkontrolle mitbringt. Der Ball klebt ihm teilweise regelrecht am Fuß. Er ist ein besonders starker und auch mutiger Dribbler, der seine Gegenspieler auch mal gerne reihenweise stehen lässt. Er hat gute Körpertäuschungen drauf, ist sehr beweglich, ist auch manchmal ein bisschen frech, wenn er seine Gegner tunnelt. Kommt aber auch sehr gut auf enge Räume klar. Und mit den schon erwähnten Körpertäuschungen ist er auch in der Lage, gegnerische Verteidiger gut und gerne mal schwindelig zu spielen. Gerade wenn er zu seinen Richtungswechseln ansetzt. Was mich persönlich auch so ein bisschen beeindruckt, ist seine Kreativität und Spielübersicht. Er bringt eine hohe Spielintelligenz mit, ist in der Lage gefährliche Pässe zu spielen. Vielleicht bringt er jetzt nicht immer die meisten Assists, aber er kann auch den Pass vor der Vorlage spielen. Und unter anderem hat er auch ein sehr gutes Gespür dafür, den richtigen Moment abzuwarten, wann er den Ball weiterleiten muss. Wobei das jetzt nicht heißt, dass er sich nicht auch schon mal verdribbelt. Spannend ist halt auch, dass er in seinen Dribblings so stark ist, dass er oft auch nur durch Fouls zu stoppen ist. Er ist, was seine Fähigkeiten in der Richtung angeht, einfach jemand, der das gewisse Etwas mitbringt und das Potenzial hat, ein Spieler zu werden, der in Zukunft auch mal Spiele alleine entscheidet. Generell finde ich auch seine Schusstechnik und generell seinen Abschluss nicht allzu schlecht. Natürlich, er hat Stand jetzt noch nicht allzu viele Tore in der Liga geschossen, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass wenn er sich da noch einen Ticken verbessert, dass seine Scorer-Werte in nicht allzu ferner Zukunft auch mal gut und gerne durch die Decke gehen können. Ich glaube, bei der richtigen Mannschaft, im richtigen System, wenn Nuri Sahin da einen guten Plan hat, dann kann Cherki zu einem Spieler ranreifen, den du irgendwann wieder in Richtung 100 Millionen Euro verkaufen kannst. Ich weiß, das hört man nicht gerne, aber es gehört ja beim BVB auch irgendwo dazu. Für mich persönlich ist Cherki aber auf jeden Fall jemanden, den man eher in eine zentrale Rolle packen sollte. Ja, er kann auch über Außen kommen, spielt oft auf dieser Position, hat auch eine solide Grundgeschwindigkeit, aber er ist jetzt kein Spieler der Marke Adeyemi oder Daniel Mahlen. Entsprechend würde ich ihn jetzt nicht als Flügelflitzer bezeichnen, aber das Ganze gleicht also ein bisschen mit seiner Beweglichkeit und Technik wieder aus. Hervorheben muss man übrigens auch sein Selbstvertrauen. Er selbst traut sich auf jeden Fall eine Menge, ist ein sehr mutiger Spieler und versucht auch mal Dinge, die andere eben nicht versuchen würden. Klar, das klappt noch nicht immer, aber auch da bin ich mir ziemlich sicher, kann er sich noch sehr verbessern. Wo er sich aber auf jeden Fall noch verbessern muss, gerade wenn er auf dem Flügel beim BVB spielen würde, das ist die Defensivarbeit. Die sehe ich bei Cherki ganz klar als schwächer an und er muss natürlich noch konstanter werden. Aber gerade das ist eine Sache, die ich in seinem Alter auch völlig verzeihen kann, denn dass ein 20-Jähriger noch nicht zu 100% konstant funktioniert, ist ja nichts Unnormales. Natürlich, es gibt immer wieder Ausnahmen, aber das darf einfach keine Grundvoraussetzung für so einen jungen Spieler sein. Alles in allem glaube ich einfach, dass Ryan Cherki ein sehr spannender Spieler für den BVB wäre, wo ich es auch cool finde, wenn er tatsächlich kommt. Ich hoffe, dass man hier aus BVB-Sicht ernst macht. Ich meine, sein Vertrag bei Lyon läuft 2025 aus. Man bekommt ihn eventuell für einen sehr guten Preis durch den Abgang von Marco Reus und weil man Gio Reyna verkaufen möchte, wäre auf seiner Position durchaus auch ein Kaderplatz vorhanden. Und wenn man ihn dann noch geschliffen bekommt, dann sehe ich hier vom reinen Potenzial jemanden, der zum Weltklasse-Spieler werden kann. Und gleichzeitig habe ich irgendwie auch das Gefühl, dass er eine Alternative für Jadon Sancho zu sein scheint. Ja, ich weiß, positionstechnisch jetzt nicht 1 zu 1, aber in Dortmund möchte man ja auch wieder so einen Spieler haben, der eben für diese besonderen Momente sorgen kann, die wir hier besprochen haben. Sancho ist ja durchaus so ein Spielertyp. Man hat es ja auch in der Rückrunde gesehen, dass der BVB dadurch stärker wurde, auch wenn das mit Sicherheit nicht Sanchos Prime war. Nichtsdestotrotz hat er dem Spiel gut getan und so einen Spieler möchte man jetzt natürlich wieder im Kader haben. Und da wäre Cherki in meinen Augen auf jeden Fall eine sehr gute Alternative. Oder wie seht ihr das Ganze? Schreibt mir da gerne mal eure Meinung zu Ryan Cherki und einem möglichen Wechsel zum BVB in die Kommentare. Ist er der richtige Spieler? Ja oder nein? Lasst es mich wissen. Ansonsten findet ihr wie immer mein neuestes Video in der Endcard. Und wenn ihr in Zukunft nichts mehr verpassen wollt, denkt dran den Kanal zu abonnieren, wenn ihr es noch nicht getan habt. Lasst einen Daumen nach oben da. Und in dem Sinne Freunde, ihr wisst Bescheid, macht's wie immer besser und bleibt am Ball. Und wenn ihr wisst Bescheid, ihr wisst Bescheid, macht's wie immer besser und bleibt am Ball.